Hallo, ich bin der Hannes Minioberger, ich bin Musiker, Singer, Songwriter und Lehrer und außerdem ein riesengroßer Andi Weiß-Fan. Andi, ich weiß noch ganz genau, wie wir uns das erste Mal getroffen haben. Das war bei einer wunderschönen Hochzeit von lieben Freunden und da habe ich dich kennengelernt und nicht nur die, sondern auch deine großartige Musik. Seitdem begleitet sie mich und ich bin sehr dankbar dafür. Sie hat mir schon oft durch gute Zeiten und auch durch schlechte Zeiten geholfen und genauso macht es auch der jetzige Album. Weil immer was geht, hast du das Meisterwerk und das ist echt großartig. Also meine klare Hörempfehlung, bitte huhrt sich das an und mein Tipp ist die Nummer 2, das heißt es geht gut aus. Also das mache ich ganz besonders das Lied, wobei jedes wirklich ein Diamant ist. Ich sage es einmal so, huhrt sich das an, habt viel Spaß und ja, macht es gut. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, du kommst nach Haus. Denn am Ende aller Wochen steht ein großer Regenbogen, der dir sagt, der dir sagt, es geht gut aus. Und am Ende aller Tage bleibt mein Wort keine Frage und du kommst, du kommst sicher nach Haus. Denn am Ende aller Wochen steht ein großer Regenbogen, der dir sagt, der dir sagt, es geht gut aus. Und am Ende aller Tage bleibt mein Wort, keine Frage und du kommst, du kommst sicher nach Haus. Ich weiß, du kommst nach Haus. Ich weiß, ich weiß, es geht gut aus. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß, du kommst nach Haus.